Einen Porsche braucht vielleicht kein Mensch. Und Motorsport? Wahrscheinlich auch nicht. Was aber wäre, wenn wir uns über 60 Jahre lang nicht auf der Rennstrecke bewiesen hätten? Unsere Geschichte wäre eine andere geworden. Denn mit Motorsport fing alles an. Es war der Traum von Ferry Porsche, einen Sportwagen zu bauen, der auf der Rennstrecke segfähig ist. Ein Traum, ohne den viele Porsche-Fahrzeuge niemals das Licht der Welt erblickt hatten. Denn jeder Erfolg auf dem Treppchen war immer auch ein Sprung auf die Straße. Ganz gleich ob Leichtbau, Allradantrieb, Turbomotoren oder Doppelkupplungsgetriebe. Was heute als ganz alltäglich erscheint, musste sich bei uns den Weg über die härtesten Rundkurse der Welt erkämpfen. Vielmehr noch, all diese Mühen haben uns das Wertvollste geschenkt, was ein Unternehmen haben kann. Identifikation, Stolz, Kampfgeist. Vor allem aber eine Kultur, in der man gemeinsam für seine Werte kämpft. Nur so schaffen wir es Tag für Tag, Menschen mit unseren Sportwagen zu begeistern. Nur durch unsere Erfolge im Motorsport konnten wir den Straßen dieser Welt ein Stück Magie der Rennstrecke mitgeben. Für jeden Porsche-Fahrer den Spirit von Le Mans spürbar machen. Und mit dem 919 Hybrid unsere Visionen Wirklichkeit werden lassen. Genau deshalb werden wir nicht aufhören. Entwickeln immer weiter. Machen aus Leidenschaft Erfolge. Aus dem Hier und Jetzt die Zukunft. Und aus dem Motorsport von heute den Sportwagen von morgen. Rosa volunteering. Nu, ich danke, Lisa. curated. Jagard. Schlageveste, wiedergütch,いきます ja. Wirklichkeit. stattdessen趣. Sie müssen stre fazen Sieben. Vielen Dank.